Musik Herzlichen Dank und schönen guten Tag meine Damen und Herren. Pavel Richter, Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland, der Gesellschaft zur Förderung freien Wissens. Sie müssen sich das so vorstellen, wir sind der Förderverein, der deutsche Förderverein von Wikipedia. Wir betreiben nicht Wikipedia, aber wir unterstützen Wikipedia auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sammeln dafür Spenden ein, machen Öffentlichkeitsarbeit, unterstützen die Autorinnen und Autoren. Wir haben eine ganze Reihe von Initiativen, die sich mit der Förderung und Auseinandersetzung um freies Wissen kümmern. Das ist unsere Aufgabe. Wir sitzen hier in Berlin, haben hier ein Büro mit knapp 20 Mitarbeitern. Und wenn Sie seit Montagabend 17 Uhr mal in die Wikipedia gegangen sind, dann ist Ihnen sicherlich der nette Herr mit drei Tagebart aufgefallen, Jimmy Wales, der da oben im Spendenbanner Sie anlächelt und Sie bittet, Geld zu spenden. Und diese Spende geht dann tatsächlich an uns, an den Verein. Und damit ist dann auch der Kreis geschlossen. Ich wurde gebeten zu sprechen über das Thema Wissen und Partizipation. Und ich habe mir erlaubt, dieses Thema ein bisschen, dieses ja doch sehr breite Thema ein wenig einzuschränken. Und habe mir die Frage gestellt, und über die möchte ich jetzt sprechen, welche Rolle Wikipedia bei der Ausverhandlung und bei der Darstellung des kulturellen Gedächtnisses spielt und welche Bedeutung der Prozess dieser Entstehung und welche Bedeutung Wikipedia für diesen Vermittlungsprozess haben kann und welche Rolle und welche Möglichkeiten sich für Sie, für Vertreter der Wissensinstitutionen, denn damit bieten können. Bevor ich das mache, möchte ich aber eine kurze Frage in den Raum stellen. Das kann man ja mal gut machen, so gleich nach der Kaffeepause sind alle schön wach. Wer von Ihnen hat in den letzten Wochen etwas über Ratingagenturen gelesen? Hände hoch. Okay, das sind Minimum zwei Drittel, die etwas über Ratingagenturen gehört haben. Das war nicht immer so. Heutzutage wissen wir alle etwas über Moody's und haben eine Meinung zu Standard & Poor's. Das war nicht immer so und das, dem nicht so war, lässt sich hervorragend zeigen an Wikipedia. Im Januar 2008, wenn Sie sich dort, wenn Sie den Artikel aus diesem Zeitpunkt, Januar 2008, den Artikel Ratingagenturen in der Wikipedia aufrufen, vielleicht kann ich das ganz kurz erläutern, die Wikipedia hat nicht nur den Artikel, den Sie sehen, wenn Sie einen suchen, sondern Sie können sich auch tatsächlich die gesamten Entstehungsprozess eines Artikels angucken. Sie können sehen, was ist der Anfang des Artikels gewesen und wie hat er sich Schritt für Schritt für Schritt über die Jahre hinweg entwickelt. Und wenn Sie also in den Januar 2008 zurückgehen und sich den Artikel zu Ratingagenturen angucken, so werden Sie feststellen, der ist sehr kurz. Er ist eine Seite lang. Er erzählt ein ganz klein bisschen was über, was eine Ratingagentur ist. Er erwähnt dieses berühmte und mittlerweile ja sehr geläufige Triple A, dass wir alle gerade zu verlieren drohen. Und er äußert sich ansonsten nicht sonderlich viel. Ein bisschen Kritik, aber weniger Kritik an der Macht von Ratingagenturen, sondern vielmehr daran, dass das Verfahren so intransparent sei, dass die Auftraggeber so viel Geld bezahlen müssten für die Ratings und dass das alles eine etwas dubiose Geschichte war. Aber wie gesagt, eine Seite. Der ganze Artikel wurde in einem Monat ungefähr 1000 Mal damals aufgerufen. Ganz anders sieht es heute aus. Wenn Sie gestern Abend den Artikel zu Ratingagenturen aufgerufen haben, ist er sieben Seiten lang geworden zwischenzeitlich. Er wird im Monat über 20.000 Mal aufgerufen. Und Sie finden dort eine sehr detaillierte Beschilderung dessen, was eine Ratingagentur ist. Sie finden die Kritik, eine gesellschaftliche, eine wirtschaftspolitische Kritik an Ratingagenturen. Sie finden eine Darstellung des Prozesses. Sie finden tatsächlich extrem viele Informationen über Ratingagenturen. Warum erzähle ich Ihnen jetzt was über Ratingagenturen, wenn ich eigentlich über Wissen und Partizipation sprechen möchte? Es ist ja nicht so, dass diese Ratingagenturen im Januar 2008 völlig unwichtig waren. Es ist ja nicht so, dass Ratingagenturen keine Macht hatten im Januar 2008. Es ist nur so, dass sich damals die Gesellschaft als Gesellschaft noch nicht so sehr für dieses Thema interessiert hat. Und Wikipedia ist ein Grabmesser für dieses gesellschaftliche Interesse. Wikipedia ist so gesehen ein Produkt seiner Zeit und zeigt, was ist einer Gesellschaft wichtig und wie sehr beschäftigt sich eine Gesellschaft mit bestimmten Themen. Und das Großartige hieran ist, dass dieser Prozess der Ausverhandlung und dieser Prozess der Entstehung nachvollziehbar ist. Wir können uns angucken, wie sich vom Januar 2008 bis in den November 2011 dieser Artikel verändert hat, wie er ausdiskutiert wurde, welche Schwerpunkte wann gesetzt wurden. Und das ist ein unglaublicher Schatz, ein Schatz, den wir gemeinsam, davon bin ich überzeugt, heben können. Denn stellen Sie sich jetzt mal vor, das ist nur eine Entwicklung von knapp vier Jahren, zwischen Januar 2008 und heute. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten zu Zeiten Galileos eine Wikipedia gehabt, die diesen Aushandlungsprozess erfasst. Wir hätten im 17. Jahrhundert, hätten wir das geozentristische Weltbild, das damals die Norm und der Standard war, gesehen und dann hätten wir uns den Aushandlungsprozess hin zum heliozentrischen Weltbild betrachten können. Wir könnten das Schritt für Schritt für Schritt nachvollziehen. Ich glaube, damit wird deutlich, was für ein unglaublicher Schatz hier liegt, der jetzt gerade mal zehn Jahre alt ist, weil so alt ist Wikipedia, so weit können wir zurückgehen. Aber stellen Sie sich vor, welche Möglichkeiten sich bieten in 20, 30, in 100 Jahren, wenn wir solche gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse anhand von Wikipedia nachvollziehen können. Wikipedia ist damit ein Produkt ihrer Zeit und abhängig von ihrer Zeit. Aber nicht nur von ihrer Zeit, das ist der eine Aspekt, über den ich sprechen möchte, sondern auch von dem sprachlichen und kulturellen Hintergrund, vor dem sie entsteht. Zugleich, und das möchte ich am Anfang betonen, zugleich ist Wikipedia Produkt und Produzent der Aufklärung. Wir verstehen uns als ein aufklärerisches Instrument und wir fühlen uns den Werten der Aufklärung verpflichtet. Wir sind also damit einem ganz bestimmten Wissensbegriff, Wissenschaftsbegriff verhaftet, der sehr westlich ist, der quellenbasiert ist, der naturwissenschaftlich orientiert ist, der dem Prinzip der Phasifizierung unterliegt, etc. Wir sind also ein Produkt und Produzent der Aufklärung und doch sind wir nicht unabhängig in dem, was wir schreiben. Wir sind abhängig von der Zeit, in der wir arbeiten und wir sind abhängig von den sprachlichen und kulturellen Räumen, in denen wir uns bewegen. Ich möchte Ihnen das an einigen Beispielen erläutern. Der Artikel über das Thema Abtreibung in der deutschen Wikipedia hat einen Schwerpunkt, nämlich er behandelt die Abtreibung unter medizinischen Gesichtspunkten, unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten, aber primär behandelt er dieses Thema als ein emanzipatorisches Thema rund um den Paragrafen 218. Er ordnet das Thema Abtreibung in die Frauenemanzipation ein und er ordnet ihn in den gesellschaftlichen Diskurs der 60er, 70er und 80er Jahre ein, in denen das Recht auf Abtreibung erkämpft wurde. Ganz anders tut es der englische Artikel über Abortion, der sehr viel umstrittener ist, sehr heftig auch umkämpft wird, immer noch heute sehr umkämpft wird. Und der konzentriert sich auf Themen wie Pro-Choice oder Pro-Life. Er hat eine sehr starke Auseinandersetzung mit religiösen Themen, die zum Beispiel im Artikel über die Abtreibung komplett außen vor bleiben. Beide sind Artikel in der Enzyklopädie Wikipedia. Beide fühlen sich den Werten und der Bedeutung einer Enzyklopädie verbunden und doch sind sie ganz anders gestaltet. Der Hintergrund ist natürlich, und das ist eine Binsenweisheit, das ist mir klar, aber der Hintergrund ist unterschiedliche kulturelle Prägungen im deutschsprachigen Raum und im englischsprachigen Schrägstrich US-amerikanischen Raum. Und hier liegt eine unglaubliche Möglichkeit, auch solche transkulturellen, transsprachlichen Unterschiede herauszuarbeiten. Und das ist ein weiterer Schatz, den es zu heben gibt, wie wir ihn gemeinsam heben können. Darüber möchte ich zum Schluss meines Vortrages sprechen. Und passend, wenn wir uns die kulturellen Bedingtheiten eines solchen Enzyklopädie-Artikels angucken und passend auch hier zu dem Ort, in dem wir uns befinden, möchte ich ein zweites Beispiel bringen. Hier geht es um die Zeichentrickserie Die Simpsons. Den kennt hoffentlich jeder hier. Natürlich gibt es darüber in der englischen und in der deutschen Wikipedia Artikel. Die deutsche beschäftigt sich natürlich mit der Entstehungsgeschichte, sehr viel mit den Produktionsbedingungen, mit den Hintergründen, ein wenig auch mit den kulturellen Referenzen und Wirkungen. Ganz anders die Behandlung des Themas der Simpsons in der englischsprachigen Wikipedia. Hier gibt es tatsächlich zu jeder einzelnen Folge, und es gibt 22 Seasons mit, ich glaube, jeweils 30 Folgen, zu jeder einzelnen Folge der Simpsons gibt es einen eigenen Artikel. In dem die Handlung geschildert wird, in dem geschildert wirkt die kulturelle Wirkung, in dem popkulturelle Referenzen aufgezeigt werden, weiterführende Literatur etc. zu jeder einzelnen Folge der Simpsons. Dass wir das in Deutschland nicht haben, liegt nicht daran, dass es hier nicht genügend Interesse an den Simpsons gäbe, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz unterschiedlicher Begriff von dessen, was relevant und wichtig für eine Gesellschaft und für eine Enzyklopädie ist. Und das ist ebenfalls ein Aushandlungsprozess, ein kulturell bedingter Aushandlungsprozess, den ich enorm spannend nachzuverfolgen finde. Und er gebiert sogar in der englischsprachigen Wikipedia ganz große Stilblüten. So gibt es einen tatsächlich vier Seiten langen Artikel, der sich mit einem Thema der Simpsons beschäftigt, nämlich mit einem dort für Franzosen verwendeten Schimpfwort, sie seien Cheese-Eating Surrender Monkeys. Und über dieses nur in den Simpsons gebrauchte Schimpfwort für Franzosen gibt es tatsächlich einen vier Seiten langen Artikel, inklusive der Wirkung dieser Cheese-Eating Surrender Monkeys auf die französische Popkultur. Das nur mal als Hinweis, wenn Sie heute Abend nicht wissen, was Sie vielleicht in der Wikipedia gucken können, nachdem Sie da oben gespendet haben. Ich könnte jetzt ganz viele solcher Beispiele bringen. Harry Potter zum Beispiel ist auch so etwas. Es gibt zu fast jeder Figur im Harry Potter-Universum einen englischsprachigen Artikel. Aber es gibt einen Sammelartikel in der deutschen Wikipedia über die Figuren im Harry Potter-Universum. Und oben steht ganz dick drauf, dass alle Figuren fiktiv seien. Ich könnte diese Beispiele deutlich weiterverfolgen. Aber ich hoffe, was angekommen ist, ist, dass Wikipedia tatsächlich ein unglaublicher Schatz ist, wenn es darum geht, sich solche kulturellen Unterschiedlichkeiten herauszuarbeiten, miteinander zu vergleichen. Ich kann Sie nur einladen, diesen Schatz zu heben, denn er ist bisher komplett ungehoben. Ich kenne kaum Untersuchungen, die sich über das, was ich jetzt hier anekdotisch gemacht habe, hinaus tatsächlich fundiert mit dieser Fragestellung auseinandersetzen und Wikipedia in diesen Aushandlungskontext hineinstellen. Insofern, und wenn Sie dann noch bedenken, Sie nehmen nicht nur die deutsche und die englische Wikipedia, sondern Sie nehmen eine thailändische Wikipedia, eine arabische Wikipedia, eine Wikipedia in einer indischen Sprache, die ich nicht aussprechen kann. und Sie vergleichen hier die unterschiedlichen Behandlungen der Themenabtreibung der Simpsons oder was auch immer, dann sehen Sie, glaube ich, das unglaubliche Potenzial, das in einer solchen Vergleichsstudie steht. Denn Wikipedia ist als Textgattung einer Enzyklopädie ein ausgehandeltes kulturelles Gedächtnis. Hier wird ein, das ist das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses, eines Aushandlungsprozesses, der nie vorbei ist. Das habe ich am Anfang mit den Ratingagenturen gezeigt. Wikipedia ist als eine Enzyklopädie, so wie alle Enzyklopädie vor ihr auch, tatsächlich ein Gradmesser für das, was gerade gesellschaftlicher Konsens oder, was ich viel besser als Beschreibung finde, das kulturelle Gedächtnis und was wert ist, im Sinne einer Gesellschaft aufgehoben zu werden. Das Zweite, und das unterscheidet Wikipedia ganz massiv von allen anderen historischen und aktuellen Enzyklopädien, wir können diesem Aushandlungsprozess live und in Farbe zugucken. Sie können in jedem Artikel feststellen, wie er sich entwickelt hat seit seiner Entstehung. Und Sie können sich, wenn etwas Tagesaktuelles passiert, können Sie in Wikipedia sehen, wie das auf die Gesellschaft wirkt und wie diese Wirkung sich in Wikipedia widerspiegelt. Und das ist eine Nutzungsmöglichkeit von Wikipedia, die noch ganz in den Kinderschuhen steckt. Und last but not least bilden die unterschiedlichen Sprachversionen von Wikipedia kulturelle und sprachliche Besonderheiten ab, die ebenfalls noch untersucht werden müssen. Wie machen wir das? Lassen Sie uns, lassen Sie Wikipedia Objekt sein. Objekt, in dem Sie uns verwenden, diesen Schatz, den Wikipedia zur Verfügung stellt, nutzen Sie ihn für Ihre Arbeit, nutzen Sie ihn als Untersuchungsgegenstand, Nutzen Sie Wikipedia als Untersuchungsobjekt, als das, was es ist, nämlich tatsächlich als eine der sichtbarsten Gradmesser für die Befindlichkeiten einer Kultur zum jetzigen Zeitpunkt. Nutzen Sie dabei das, was Wikipedia Ihnen bietet, die Nachvollziehbarkeit und den extrem schnellen Charakter, in dem sich Dinge dort verändern. Sehen Sie das als Chance für den Untersuchungsgegenstand, nutzen Sie Wikipedia als Objekt einer Untersuchung, aber nutzen Sie uns bitte auch und sehen Sie uns auch als Subjekt. Sehen Sie uns als Partner der Zusammenarbeit zwischen Ihren Wissensinstitutionen und uns. Denn das, was Wikipedia seit zehn Jahren macht, nämlich Wissen aufzubereiten, darzustellen, verständlich zu machen, zu illustrieren und zu belegen, das machen Museen, das machen Galerien, das machen Bibliotheken seit Tausenden von Jahren. Deswegen, wir können viel von Ihnen lernen. Wir können viel davon lernen, wie wir Wissen gestalten, aufbereiten und nutzen können. Und Sie können viel von uns lernen. Sie können Wikipedia nutzen, als Chance nutzen, als Vermittlungsplattform nutzen. Sie können, wir laden Sie ein, sich zu präsentieren und Ihre Arbeiten in Wikipedia sichtbar zu machen. Und wir tun das aus völlig uneigennützigen Motiven heraus. Anders als ein kommerzielles Unternehmen, das möglichst möchte, dass die Leser so lange wie möglich auf ihren Seiten bleiben, wollen wir das gar nicht. Wir schicken unsere Leser gerne weg. Sie sollen zu uns kommen, etwas finden und dann sollen Sie zu Ihnen gehen. Sie sollen zu den Museen gehen, auf Ihre Webseiten oder in Ihre Häuser. Sie sollen in die Bibliotheken gehen und mehr lesen. Und das ist unser Wunsch und das ist auch der Impuls. Wir wollen niemanden bei uns so lange wie möglich halten, so wie das ein kommerzielles Unternehmen tut, um zum Beispiel Anzeigen zu verkaufen, sondern wir wollen Menschen weiterschicken, weiterschicken zu Institutionen, wo sie mehr wissen und mehr lernen können, als sie das in Wikipedia tun können. Dabei bieten wir, das will ich nicht verschweigen, eine sehr attraktive Plattform. Und wir bieten etwas, was, das müssen wir in aller Ehrlichkeit sagen, viele Museen, viele Bibliotheken nicht haben. Nämlich Menschen, Besucher, wahnsinnig viele Besucher. Es gibt ja eine Dauerausstellung über Marlene Dietrich. Der Artikel zu Marlene Dietrich ist in der Wikipedia im letzten Monat 23.000 Mal gelesen worden. Das ist schon, und da gab es kein Jubiläum und nichts. In dem Monat ihres Geburtstages erhöht sich diese Zahl signifikant. Also 23.000 Menschen kamen in Wikipedia und informierten sich über Marlene Dietrich. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht aus der Ausstellung hier, aber ich will damit sagen, sie erreichen tatsächlich über Wikipedia in dieser Zusammenarbeit, erreichen sie Menschen. Und wir laden sie ein zu dieser Zusammenarbeit. Wir haben ein Programm, das wir seit geraumer Zeit, insbesondere schon im Ausland, aber jetzt teilweise auch schon in Deutschland, ausprobieren können. Es nennt sich Wikipedia in Residence. Dort kommt ein Wikipedianer in ihr Haus für ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Wir beteiligen uns sogar an den Kosten daran. Kommt in ihr Haus und hilft ihnen dabei und dient als Schnittstelle zwischen Wikipedia und ihrem Haus. Hilft ihnen, Ideen zu entwickeln, was sie machen können. Hilft aber auch dabei, Wikipedianern in den Kontakt mit ihnen zu kommen, durch Spezialführungen, durch Hintergrundgespräche, was weiß ich. Da gibt es eine ganz mögliche, ganz viele, ganz spannende Ansätze. Ich kann Sie nur einladen, hier sitzen einige Mitarbeiter von Wikimedia Deutschland, die sich mit diesem Thema vertraut machen. Jan Engelmann, Matthias Schindler hier vorne. Die können Sie gerne ansprechen, wenn Sie Interesse an einem solchen Projekt haben. Wir lassen Sie damit nicht alleine. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass diese Zusammenarbeit und diese Kooperation eine solche Partnerschaft nicht konfliktfrei sein wird. Denn hier prallen Welten aufeinander. Museen sind von einem Expertentum getrieben. Wikipedia wird dominiert von Laien. Museen sind, machen wir uns nichts vor, hierarchische Organisationen. Wikipedia ist ein kollaboratives Projekt. Museen denken vom Resultat her und von der Darstellung her. Wikipedia denkt vom Entstehungsprozess her. Das ist nicht einfach. Das wird auch die Zusammenarbeit nicht immer leichter machen. Aber nutzen Sie das als Chance. Denn wenn Sie mit uns teilen und wenn wir mit Ihnen teilen, so haben wir alle was davon. Ja, es setzt voraus, dass Sie Kontrolle abgeben. Kontrolle über Ihre Exponate, über Ihre Daten, über Ihre Bilder. Aber Sie kriegen so unglaublich viel dafür zurück. Sie werden morgen einen Vortrag hören über die Kooperation zwischen Wikimedia Deutschland und dem Bundesarchiv. Und da geht es genau darum, dass das Bundesarchiv Kontrolle abgegeben hat über Bilder, über Ihren eigenen Bestand. Aber unheimlich viel zurückbekommen hat. Nämlich, dass fiel plötzlich Leuten auf, oh, da ist jemand Falsches auf dem Bild. Das ist gar nicht Müller, sondern das ist Meier. Ja, das hätte nie jemand mitgekriegt. Aber, und davon gibt es tausende von Beispielen, wie das beim Bundesarchiv funktioniert. Ich will nicht verschweigen, dass es beim Bundesarchiv auch ein paar Probleme gibt. Ich habe ja gesagt, die Zusammenarbeit ist nicht immer ganz unproblematisch. Aber sie ist auf jeden Fall für beide Seiten sehr fruchtbar. Also deswegen lade ich Sie ein. Lassen Sie uns gemeinsam Wikipedia nutzen, als Objekt und als Subjekt. Ich lade Sie zu einer Partnerschaft ein. Diejenigen unter Ihnen, die aber ganz sicherlich nicht hier im Raum sitzen, aber für diejenigen an den Fernsehkameras, die zuhören und vielleicht glauben, dass mit Wikipedia, das ist doch alles nur so eine Kleinigkeit, das hat doch keine Zukunft. Und ich mache mein Ding weiter und muss mich nicht um Wikipedia kümmern. Den möchte ich sagen, mit Wikipedia ist es ein bisschen wie mit dem Rock'n'Roll in den 50ern. Jede Hoffnung, dass das noch mal weggeht, ist vergebens. Ich danke Ihnen. Die erste Frage. Ich habe im letzten Jahr mal ganz am Rande an einem Edit War teilgenommen und habe dann erfahren, dass eben entgegengesetzt der Theorie, dass Wikipedia von jedem betrieben werden kann, dass es eben nicht gilt, sondern dass es da so Vorzugs-Wikipedianer gibt, zu denen man sich vielleicht mal emporarbeiten kann und die anderen Interessenten, die relativ frei auf der Diskussionsseite schreiben können. Trifft das so zu, oder können Sie das mal erklären? Ja, dazu zwei Anmerkungen. Zum einen mit den Edit Wars, wo es also darum geht, welche Meinung sich in einem Artikel durchsetzt und welche nicht. Verhält es sich wie mit den Canon Wars der 80er Jahre, als es um die Aushandlung geht zwischen dem, was ist der Kanon, was ist wissenschaftlicher Kanon und die Rolle des Multikulturalismus. So ähnlich ist das, damit ist das vergleichbar. Es geht um die Relativität und den Bestand von Wissen in einer zentralen Wissensressource. Und das passiert im Kleinen, in der Wikipedia täglich, im Rahmen einer solcher Edit Wars. Das ist normal, das ist kein Fehler des Systems, das ist gewollt, das ist auch notwendig. Und das Faszinierende ist ja, dass Wikipedia nicht trotz, sondern genau wegen dieser Form der Auseinandersetzung so gut geworden ist, wie sie heute aus meiner Sicht ist und auch so gerne angenommen wird, wie sie angenommen wird. Das ist der eine Hinweis. Der zweite Hinweis ist, Wikipedia ist ein soziales Netzwerk. Wir sind viel älter als Facebook. Wir sind aber auch ein soziales Netzwerk. Das heißt, bei uns arbeiten Menschen. Das sind Menschen, die teilweise sehr lange schon mit dabei sind. Sie arbeiten nach geschriebenen, aber häufig auch nach ungeschriebenen Regeln. Es gibt tatsächlich eine eigene Wikipedia-Sprache. Wenn Sie sich nicht in Wikipedia auskennen, verstehen Sie ganz oft nicht, worüber wir reden, weil wir Abkürzungen verwenden, die Sie noch nie gehört haben. Sie finden sie natürlich in der Wikipedia, das ist klar. Aber gleichzeitig fällt es schwer, wenn Sie neu sind, sich an diesen Code zu gewöhnen. Und ja, das macht es schwieriger, heutzutage als noch vor fünf Jahren, sich an Wikipedia zu beteiligen. Und ja, auch soziales Kapital spielt in Wikipedia eine Rolle. Ein Autor, der 10.000 Artikel geschrieben hat, und ja, so etwas gibt es, ein solcher Autor genießt natürlich ein Standing und eine Position, soziales Kapital. Und da heißt es verhandeln und ausdiskutieren. Denn das ist das einzige Prinzip, das wir haben. Weitere Fragen? Moment. Herr Grant. Eine technische Frage, die Sie wahrscheinlich gar nicht überrascht nach meinem Vortrag. Wenn ich heute einen Wikipedia-Artikel in seinen Versionen verfolge, dann komme ich nach hinten. Das ist in der Tat schön gelöst. Aber die Links, die ich dann bekomme, die zeigen auf die aktuellen Ressourcen. Ich kriege nicht als Link-Ziele die Versionen der Wikipedia-Ressourcen, die zum damaligen Zeitpunkt verlinkt waren. Wie lösen Sie das? Gar nicht. Das ist tatsächlich ein Problem. Es gibt Seiten. Also eine Seite, für die man immer wieder Werbung machen muss, ist archive.org, die sich genau dieses Ziel gesetzt hat, nämlich, wer das kennt, weiß, dass es eine Seite, die Internetseiten archiviert und alte Versionen von Internetseiten zugänglich macht. Aber leider tun das die wenigsten Institutionen. Ich wünschte mir, jede Institution hätte eine solchen, wir nennen das Versionsgeschichte, wo ich mir also die Entwicklung eines Artikels und die Entwicklung einer Seite angucken kann. Leider haben Sie es nicht. Die einzige Lösung technisch, die es dafür gäbe, wäre, wenn wir quasi einen Screenshot oder eine Momentaufnahme eines solchen Links speichern oder einer solchen Seite speichern würden. Dann kommen wir aber in unglaubliche urheberrechtliche Probleme hinein. Das können Sie nicht machen. Aber Sie könnten es doch zumindest Wikimedia intern machen. Also auch da zeigen die Links immer zur aktuellen Ressource. Sie könnten ja zumindest die bei den, ja, Wikipedia Wir arbeiten. Okay, das machen wir. Genau, das ist der Experte für das Thema. Ich bin der Generalist. Matthias. Matthias. Warst du ein Mikro? Ich wollte sagen, das Problem ist bekannt und es gibt ein Team von Entwicklern, Forschern, nicht bei Wikimedia Deutschland, sondern in Karlsruhe, die im Rahmen eines anderen Projektes genau so eine Art Zeitmaschine bauen, dass sie, wenn sie dann sagen, ich möchte die Wikipedia vom Stand 8. Mai haben, dass sie dann halt eben sich auf dieser Zeitlinie bewegen und der Computer das für sie macht, was sie an sich immer auch händisch machen könnten, halt immer so mühsam die Version suchen, die gerade aktuell war. Es ist eine Convenience Sache, es werden keine Daten benutzen, die nicht existieren. Es gibt ganz, ganz viele fitzelige Kleinarbeiten, wenn Sie irgendwelche Templates inkludieren, dass Sie auch da die jeweilige alte Version nehmen. Großer Aufwand, aber es wird sich lohnen, weil das ist ein Feature, das von vielen gewünscht wird. Wenn Sie schneller sein möchten, Sie haben die Daten auf download.wgmedia.org, vielleicht haben Sie ja vielleicht einen Studenten, der noch eine Diss oder eine Arbeit offen hat. Jens Best. Ich wollte nochmal fragen, ob nach der Zukunftsvision im Kontext die Räumlichkeit des kulturellen Erbes und Wikipedia. Ich finde, in letzter Zeit gab es zwei schöne Beispiele, schnell erzählt. Einmal ist es, dass man oben rechts, da wo die Koordinaten immer stehen, die Geokoordinaten, jetzt sowas steht wie Karte und wenn man da draufklickt, dann geht so die Karte auf. Das ist eine Open-Street-Map-Karte, also auch unter freier Lizenz. Und da kann man dann, angenommen man ist in Lübeck, kann man sehen, welche Artikel zum Beispiel zu kulturell interessanten Objekten innerhalb von Lübeck eben da zu finden sind. Das heißt, man könnte da zum Beispiel eine Stadttour dann mitmachen. Und das andere, was ich noch schöner fand, war, dass ihr anscheinend jetzt ein paar Museen habt, die einzelne Ausstellungsstücke per QR-Code, glaube ich, mit dem Wikipedia-Artikel verbinden. Das finde ich einfach schön, weil man dann sagen kann, es gibt die Kompetenz im Museum, kann also einen Artikel schreiben, wenn zum Beispiel Marlene Dietrich, da gibt es ja dann auch einige Exponate, die noch keinen Wikipedia-Artikel haben, wo für die Marlene Dietrich-Fans könnte man da noch viel mehr machen. Ich wollte jetzt keine exkludisten, inkludisten Diskussionen daraus machen, aber da ist Potenzial. Und ist da nicht ein wunderbarer Link? Also einmal dieses Geografische, eine Chance auch für Heimatmuseen und dann dieses in die Tiefe gehen bei den Museen, wo ich dann sagen kann, es gibt einen englischen, japanischen, deutschen Artikel zu diesem Ausstellungsstück. Ist also diese Dinger genommen, wo ist deine oder eure Vision von der Räumlichkeit des kulturellen Erbes auf Wikipedia, ich sage mal, in zehn Jahren? Ja, also ich habe mir abgewöhnt, irgendwas mit Internet und zehn Jahren Laufzeit zu sagen, aber ich würde, morgen, ich würde aber zumindest einen Punkt dabei herausheben, Wikipedia ist tatsächlich aktuell, so wie sie sich darstellt, immer noch sehr an dieses Ding hier gebunden, also an einen Rechner, von mir aus auch an ein Pad, aber mindestens mal muss es ein Pad sein. Die Nutzung von Mobiltelefonen in Kombination mit Wikipedia steckt noch in den Anfängen. Und wenn ich gerade so mobil sein möchte, dass ich durch eine Ausstellung laufe, einen QR-Code scanne oder dass ich noch besser durch eine Stadt laufe und alle Datenschutz ängstlich mögen, Moment, weghören wir das nach einer Horrorvision. Ich laufe durch eine Stadt und mein Handy sagt mir, das weiß ja schließlich immer, wo ich bin, sagt mir, oh, rechts neben dir ist ein berühmtes Haus, darüber gibt es einen Wikipedia-Artikel, möchtest du darüber etwas erfahren? Das ist durchaus keine Zukunftsmusik, sondern das ist technisch bereits möglich. Also da sehe ich ganz klar eine Möglichkeit, sobald Wikipedia deutlich mobiler wird und daran wird tatsächlich sehr intensiv gearbeitet und zwar nicht nur, was die passive Nutzung angeht, sondern auch was die Bearbeitbarkeit. Und das ist ja der zweite Punkt, den du angesprochen hast. Ich sehe ein Kleid von Marlene Dietrich, von einer berühmten Schneiderin und dazu gibt es noch keinen Wikipedia-Artikel und ich habe dann die Möglichkeit, ihn zumindest schon mal anzulegen und das mobil zu tun und das vernünftig zu tun und vielleicht sogar gleich noch ein Bild hochzuladen. Dann habe ich schon mal viel erreicht. Also insofern, meine Antwort ist Mobilität von Wikipedia. Anja Horstmann, Sie hatten vorhin den schönen Satz gesagt, Wikipedia ist ein Gradmesser für gesellschaftliche Interessen. Also das fand ich sehr interessant und wenn man da noch mal zurückgeht auf die Diskussion, wer letztendlich wirklich mitmacht bei dieser Mitmachseite, diejenigen, die tatsächlich einen Artikel verfassen, wird das ja immer geringer. Also so viele schreiben ja doch keine. Es gibt die, die 10.000 schreiben oder 3, aber die Mehrzahl schaut nur und schreibt nicht. Kann man denn da wirklich noch von einem Gradmesser von gesellschaftlichen Interessen sprechen? Nein. Oder ist es dann nicht eher so, dass mir suggeriert wird, was jetzt gerade wichtig sein könnte? Ich würde es nicht auf die Wichtigkeit. Ich glaube, die Wichtigkeit, da zeigen wir schon, da sind wir schon gar nicht so schlecht. Aber ein ganz anderer, aber damit sehr verwandter Punkt und der durchaus sehr kritisch in der Wikipedia ist, ist tatsächlich, Sie bekommen eine bestimmte Sichtweise, nämlich die Sichtweise der Wikimedia, Wikipedia-Community. Und die ist nach allem, was wir wissen, alles andere als eine Repräsentanz der Gesellschaft. Zwei Beispiele, 9% der Autoren sind Frauen, das heißt 91% der Menschen, die in Wikipedia mitarbeiten, sind Männer. Und das ist eine bestimmte Sichtweise, da brauchen wir gar nicht länger drüber reden, das ist einfach so. Und die Gruppe der über 55-Jährigen ist sehr, sehr gut vertreten im Internet, aber arbeitet so gut wie nicht in Wikipedia mit. Das heißt, hier werden zwei große gesellschaftliche Gruppen mit jeweils auch einer spezifischen Erfahrungswissen und einem spezifischen Wissen, das sie teilen könnten, nehmen nicht teil an Wikipedia, aktiv teil. Und deswegen kommen ihre Sichtweisen nicht vor oder sind nicht so repräsentiert, wie sie eigentlich in der Gesellschaft vorkommen. Und das ist schlecht. Das ist schlecht für die Leser und das ist schlecht für uns. Und deswegen, das ist einer der Schwerpunkte auch für meinen Verein, nächstes Jahr genau das zu ändern. Wir wollen mindestens mal die Frauenquote um 50% erhöhen, also von 9 auf 13% kommen. Das ist dann immer noch extrem wenig, aber es wäre dann immerhin schon mal 13%. Aber da sehe ich das Hauptproblem. Wenn ich mir die Statistiken angucke, das ist natürlich einmal alles, bei uns ist ja immer alles sehr transparent, also wenn ich mir die Statistiken angucke, die sich jeder von Ihnen auch angucken kann, wie oft werden Artikel aufgerufen. Da sehe ich schon, dass also das, was gerade akut ist, extrem häufig abgerufen wird. Leider haben wir das nicht in Echtzeit, sonst könnte man nicht sehen, dass bei Wer wird Millionär die Sachen, die dort nachgefragt werden, regelmäßig in den Top Ten des Tages landen werden, weil die Leute nämlich schneller als der Kandidat sind. Und wenn Sie mal irgendwann Telefonkandidat sind, haben Sie auf jeden Fall Wikipedia in der Nähe. Hilft Ihnen. Andreas Kilp hatte noch eine Frage. Ich hätte noch mal eine Frage. Wie ist es denn mit dem, was ich den Faktenflow innerhalb der verschiedenen Sprachcommunities auf Wikipedia nennen würde? Wenn man so nach bestimmten historischen Themen in der gewissen Tiefe sucht, wo es gar nicht mehr um gesellschaftliche Diskussion, sondern noch um Jahreszahlen und Daten geht, dann stellt man oft fest, dass auf bestimmten, also meinetwegen italienischen oder spanischen Websites vielleicht andere Zahlen auftauchen als auf deutsch oder englischen oder auch Zahlen auftauchen, die wiederum andere nicht sind. Sind denn diese verschiedenen Sprachgemeinschaften innerhalb von Wikipedia so unvernetzt? Das sind sie tatsächlich. Also es sind keine Übersetzungen, sondern sie entstehen immer wieder neu, die Artikel. Und sie werden auch tatsächlich vollständig händisch gepflegt. Das bedeutet, wenn ich irgendwo einen Fehler drin habe, wird er nicht abgeglichen mit dem gleichen Artikelgegenstand in einer anderen Sprache. Das ist tatsächlich ein Problem. Es ist ein Qualitätsproblem, das wir im nächsten Jahr dadurch angehen werden. Sie wissen ja vielleicht, es gibt Wikipedia als die Enzyklopädie, dann gibt es Wikiversity, Wikibooks, Victionary. Es gibt noch eine Reihe von anderen Wikiprojekten, die von Wikimedia betrieben werden. Und es wird ein neues Wikimedia-Projekt entstehen, das heißt Wikidata. Wikidata wird eine zentrale, weltweit nutzbare, nicht mehr für Wikipedia, sondern für jeden nutzbare Ressource sein, um strukturierte Daten zur Verfügung zu stellen. Sodass ich die Frage, wer ist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die Frage, wie viel wiegt der Mond oder die Frage, wie viele Menschen leben in Äquatorial Guinea, nicht jedes Mal neu in einem Artikel einpflegen muss, sondern sie wird an einem zentralen Ort gepflegt. Und wenn sie sich verändert, kann sie dort dann auch, wird sie einmal zentral geändert und ändert sich automatisch in einem Artikel. Ganz kurzer Hinweis für diejenigen unter Ihnen, die jetzt sagen, ja, aber es gibt ja Zahlen, die sind gar nicht so eindeutig, wie vielleicht die Masse des Mondes. Zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen. Die Statistik, die offizielle Statistik des Statistischen Bundesamtes ist eine andere als die der Caritas, auch was Armut angeht. Da gibt es dann eben mehrere zentral gepflegte Datensätze und es ist die Entscheidung des jeweiligen Autors, der jeweiligen Autorin, welchen sie verwenden möchte. Also da gibt es dann keinen Imperialismus der einen Aussage, sondern auch da gibt es dann die Möglichkeit, unterschiedliche Sichtweisen darzustellen. Letzte Frage. Das ist doch toll. Wikipedia ist so ein schlüssiges Konzept, dass es keine Fragen mehr gibt.